Kugelumlaufführung Hallo, ich bin Stefan Abele, Produktmanager bei Festo und stelle Ihnen die neue Generation elektrischer Zahnriemen und Spindelachsen vor. Die wichtigste Veränderung ist, dass wir die Kugelumlaufführung komplett nach innen verlegt haben. Zusätzlich schützen wir das System durch ein Abdeckband aus Metall. Dieser Basisschutz lässt sich weiter steigern, indem Vakuum oder Sperrluft angeschlossen wird. Sperrluft minimiert das Eindringen von Schmutzpartikeln. Vakuum unterstützt den Einsatz in Reinraumbedingungen. Mit dieser neuen Achsgeneration reagieren wir auf häufige Kundenanforderungen. Das Abdeckband schützt vor äußeren Umgebungseinflüssen und bietet Ihnen neue Einsatzmöglichkeiten. Auch der Motoranbau entspricht jetzt dem bewährten Festo-System. Dadurch lässt sich die Position des Motors nachträglich flexibel anpassen. Konstruktionsänderungen oder Fehlbestellungen sind damit kein Problem mehr. Zusätzlich lassen sich die Sensoren jetzt direkt ins Achsgehäuse integrieren. Es ist dann interessant, wenn Sie besonders platzsparend montieren müssen. Die neue Baureihe LKF bietet Ihnen also platzsparende Sensorintegration, maximale Flexibilität beim Motoranbau und als wichtigste Neuheit ein rundum geschütztes Führungssystem. Lassen auch Sie sich von der neuen Achsgeneration begeistern. ZD-LKF-T Untertitelung des ZDF, 2020